Pasta ist eines der Geschenke Italiens an die Welt. Es gibt mehr als 300 Arten von Nudeln und mehr als tausend Rezepte für Nudelgerichte. Wie wurde dieses köstliche Essen so beliebt? Die Geschichte der italienischen Pasta begann im antiken Rom. Einer Legende nach erfanden die Götter eine Maschine, die Teig in Fäden verwandelte, ähnlich wie Spaghetti. In der Antike bereiteten die Menschen dünne Teigblätter zu und brieten den Teig dann in Öl oder backten ihn in einem Ofen. Einige Rezepte enthielten Gemüse und Gewürze, andere wurden mit Fleisch zubereitet. In Zeiten der Antike verließen die Schiffe die Häfen, um entlang des Mittelmeers zu reisen. Getrocknete Nudeln waren das perfekte Essen für Schiffe, da sie leicht zu kochen sind und niemals verfallen. Pasta wurde meistens ohne Soße gegessen. Und die Leute aßen Pasta mit ihren Händen. In den 1700er Jahren war Neapel die Hauptstadt der Pasta-Produktion. In ganz Italien wurden verschiedene Nudeln populär. Spaghetti, Macaroni, Ravioli und Vermicelli-Nudeln. Heute produziert Italien jedes Jahr 3,5 Millionen Kilogramm getrocknete Nudeln. Der durchschnittliche Italiener isst 30 Kilogramm Nudeln pro Jahr. Jede Stadt in Italien ist berühmt für ihr spezielles Pasta-Gericht. In Rom Pasta a la Carbonara und Casio e Pepe sind populär. Bologna ist berühmt für eine Fleischsoße, die als Pasta a la Bolognese bekannt ist. In Genua wird aus lokalem Basilikum die Pesto-Soße für Pasta a la Genovese hergestellt. Wo immer du auch in Italien bist, bestelle die lokale Spezialität. Die Namen von Nudelnformen haben besondere Bedeutungen. Spaghetti kommt vom italienischen Wort Spago und bedeutet dünne Schnur. Bauti-Nudeln namens Farfale sind nach Schmetterlingen benannt. Große Nudelröhrchen mit Gratin werden vom italienischen Wort Rigare, Rigatoni genannt. Was Linien ziehen bedeutet. Und Orecchiette sieht aus wie kleine Ohren. Nudeln können sicker, getrocknet oder fresker, frisch sein. Pasta sicker ist die getrocknete Pasta, die Sie in der Lebensmittelgeschichte finden. Nach italienischem Recht muss Pasta sicker aus zwei Zutaten hergestellt werden, Weizenmehl und Wasser. Pasta fresca ist eine frische Pasta, die zu Hause aus Mehl, Wasser oder Eiern hergestellt wird. Sie müssen keine Nonna, eine italienische Großmutter sein, um großartige Pasta zuzubereiten. Geben Sie zuerst genug Salz in das Kochwasser, damit es wie das Meer schmeckt. Zweitens halten Sie etwas Wasser, indem die Nudeln gekocht werden. Fügen Sie dieses Wasser in kleinen Löffeln zu Ihrer Soße hinzu, damit die Soße an den Nudeln einhaften bleibt. Am Ende vergessen Sie nicht die wichtigste Zutat, Liebe.